Hallo again. Ich muss jetzt erstmal meine Tasche leer machen. Ja, ich bin auch schon dabei, so ein bisschen rum zu sortieren. Tannenzappen braucht kein Mensch. Ich hab noch Löwenzahn. Brauchst du Löwenzahn? Warte, lass mich kurz überlegen. Nein. Ich bräuchte wahrscheinlich was zu essen. Ich trage zu viel. Ich hab keine Kohle. Du hast keine Kohle? Na, Mensch. Da rutsch doch da. Lederweste. Es ist voll. Was haben wir denn hier noch an Essen? Was brauche ich denn? Ich brauche die Innereien, brauche ich. Distel. Ja, machst du Würstchen, das Wort. Dann die Coil. Ja, wir brauchen neue Innereien. Das heißt, wir müssten gleich mal eben in den Sumpf. Ja, es bietet sich ja an. Joach. Ich hab ne Wurst. Und du? Ich hätte gerne eine. Ja, mach mal halber, halber. Du sechs Schwänze, ich sechs Schwänze. Juhu. Ich hab ne Wurst. Und du? Ich hätte gerne eine. Ja, mach mal halber, halber. Komm, dann gebe ich dir auch einen von meinen Schlangen-Eintöpfen ab, den ich gerade gegessen habe. Ich Idiot. Das ist ja nicht schlimm. Bitteschön, da liegt einer für dich. Ach, danke. Ich wollte meinen Winter reparieren. Wir haben kein Fleisch mehr. Oh, das könnte ich mal rausnehmen, oder? Das war doch, das Fleisch habe ich noch. Das könnte ich mal wieder reinlegen. Weil wir haben keine Gäste mehr. Hast du das schon gebraten? Nein. Ich mach eigentlich nur noch Würstchen raus. Achso. Weil die effektiver sind. Ja, sind sie, aber. Ich mein ja nur. Ha. Getroffen. Sven! Ich bin gefallen. Handwesen? Ich bin gefallen. Mit Ausübung deiner Pflicht, wohin bist du gefallen? Var matwesen? Ernsthaft, den habe ich getroffen? Das ist nicht dein Ernst, oder? Oah. Ich bin gefallen. Ach, der ist ja. turns auf mich. Ich bin gefallen. Ich bin gefallen. Ist auch nur einer. Also komm. Oh, Hallöchen. Oh Mann, bist du bekloppt, ey. Ist doch nur einer. Du willst den Zuschauern auch wirklich was bieten, ne? Ja logisch, hallo. Wir sind doch hier nicht bei. Aua, aua, aua. Echt jetzt? Da schieß ich daneben? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Glück, ja. Glück gehabt. Das ist schön. Der steht nur noch auf dich. Der hat nur Augen für dich. Ja, ist doch schön. Aua. Sag mal, schießt du da überhaupt drauf? Ja, sicher. Die ganze Zeit. Ich treffe sogar einige Male. Unfassbar. Ist auch schon wieder so ein richtiger Assimil von mir, ne? Ich gehe diese Dinger irgendwo verbuddeln. Warum? Weil du nur auf so dämliche Ideen kommst. Die sind nicht dämlich. Die fördern das Zusammenspiel. Oh, das war der erste Einschlag, der in meine Richtung ging. Das war der zweite Einschlag, der in meine Richtung ging. Aber der hat immer noch nichts. Oh, okay, okay. Bruder, muss los. Da, 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 da. Was war das? Ich hab den genau über die Schulter geschossen. Im Moment treff ich nicht sonderlich gut, also geh doch nicht einfach weg. Nö, 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 das ist nicht fair, was du hier machst. Was mach ich denn? Na du nicht, ich mein hier. Unseren alten. Außerdem brauchen wir Stein. Ja, ich weiß nicht, warum du dich da um Holz kümmerst. Das sollen wir mit den ganzen Sumpfschlüsseln. Nein, es geht nicht weiter. Eine Maschine. Ganz eine Notwe Surface. folks gesagt. Das ist nicht normal, wenn Sie weit schäuffen lassen schazarden. ist voll spannend hier ich stehe die ganze zeit an einem fleck zum uralten das schwein wenn du ja mal setzen würde er hat im letzten moment seinen scheiß schädel weggezogen jetzt habe ich den ernsthaft durch die arme geschossen ist einmal das portal da stehen sag mal ein bisschen doof wir brauchen den platz für ein portal so da kriegt er nicht kaputt echt ihr habt so viel schiss vor den sumpf dass ihr lieber den uralten macht kann sie also hier kannst du jetzt so auch nicht sagen es sollte ja eigentlich ein geschenk für 10 werden ich habe keine pfeile mehr ja sehr schön dann haben wir noch eine wahl er ist voll einfach ich höre jetzt auf zu schießen du machst ihnen gerade mehr schaden das ist ja langweilig das war's blöde frage wie viele von den dingern hast du noch auf tash willst du das wirklich wissen er rennt schon weg er rennt schon weg er warte hier guck mal hier ist so eine schöne schale hallo hallo sie da sie da mit der lampe im gesicht hallo hallo sie da hallo hallo ich rede mit ihnen ich ignoriere sie aber auch aber gekonnt ne aber sicher den kriegst du wieder ich habe gar keine pfeile mehr was steht mir hier eigentlich für ein portal du lüger tor 1 was war denn tor 1 wo waren wir denn da keine ahnung komm lass uns mal gucken tor 1 er kommt nur scheiße raus vergiss es spielkind gibt es jetzt nicht wieder eine dreiviertel stunde dahin warum steht hier ein fluss rum da schwimmten hirsch tröste nicht sag ich doch stimmt gib mir mal pfeil ob er zeigt dir jetzt wieder geht sind wir hier da war das natürlich verarschen ich zeig dir mal wie das geht jetzt haben wir hier mit zwei titschen siehste siehste ein schuss als recht am ende war es nur ein schuss muss die leiter scheiße du fühlst dich nicht länger ausgeholt ach nee echt spiel gegen wind wohin fahren wir denn eigentlich weiß ich nicht wollen wir überhaupt fahren siehste siehste ich sehe nichts ja schade schade schokolade wo willst du denn jetzt hin weg hier ja wie weg hier und das ist ein portal was wir hier haben ich erinnere dich nur im vorfeld also wenn wir sterben dann haben wir ein problem ich wollte ich sag dir das nur im vorfeld warum gleich so kriegerisch im vorfeld steht der für mich ist das doch du weißt ich bin für alles wenn es um scheiße geht bist du dabei ja ich stehe ganz vorne und werfe noch ich weiß mit samen um dich den könnte man auch falsch verstehen wir müssen jetzt meine frau wecken und fragen wie viel es ist tust du mir den gefallen gehst du bitte deine frau wecken ich komm die schlägt mich du hast es verstanden ist doch gut die schlägt mich richtig ach ja also das war dieses portal wissen wir das auch aber ich glaube wir wollten von dahinten wollten wir weiterreisen dann tor 1 lager 1 nest ach komm weiß was ich jetzt mache oh oh wir brauchen sowieso ich gehe jetzt pennen wir brauchen sowieso in der rein und alles wir gehen in den sumpf ich gehe in den sumpf giftwiderstand haben wir noch giftwiderstand du fängst an zu frieren ach verdammt vorzuhörter bist du ein assi ein freund von mir würde jetzt sagen ja ich bin ein assi aber assi mit niveau ja du rennst erneut deinen kriegern voran werden so die schwere axt eines verjahrten ist zwens aufgabe und ich glaube er hat die schwere axt einmal gekraftet einmal benutzen danach nie wieder ich habe keine schwere axt doch den komischen haben wir da ja die keule habe ich sogar stufe 2 so ein hab ich dir jetzt echt schon genommen ne tatsache aber das ist eine coole idee die könnte ich mal wieder auspacken meine keule ne lass da drin die stinkt na geht herrlich so wo bist du denn jetzt eben da eben da nicht eben weg irgendwas hat hier funktioniert sind hier schon platt ja aber nicht so wie wir es uns gedacht haben ja es könnte besser laufen es stimmt ja ich gehe jetzt papa geht jetzt in den sumpf papa geht jetzt auf ich brauche einen stein ich brauche pfeile wir müssen nicht mitgenommen sind oder welchen hier ist eine hapune mhm das ist korrekt wir packen auch mal da rein den brauchen wir ja nicht so den da rein brauche ich den schlüssel eigentlich nicht ne wobei oder ich habe hier noch ein paar dings gefunden ein paar samen dieser kirche ich sage mal würde mich gerne mit dem kopf gegen die wand werfen ich weiß das möchten so viele gut manchmal habe ich auch das gefühl das ist ja schon mehrfach passiert nein einmal in der vierten klasse zumindest er war in der vierten ich war in der zweiten ne ne dann ne dann das ist doch ne kennst du das doch Kursmuth kommt vor dem Fall Kralosumpf ach guck mal da ich höre es doch schon wieder zischen die reichen nicht ne da kommt was angesprungen sehr schön ich bin quasi in deiner nähe also ja feuer geht besser definitiv aber was hier an Kernen drin liegt ne herrlich also wenn wir irgendwann mal Kohle und Kerne brauchen sehr schön ach hier liegen ja auch noch drei Sublin Kerne drin na mensch so einmal bitte voll machen Dankeschön Giftwiderstand habe ich auch drin sehr schön ich komme mal zu dir ne na guck mal her ähm 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 äh da ist die Treppe äääh äääh komm her komm her so Schlamm habe ich schon mal ich brauche innereien ich brauche kein Schlamm ich brauche innereien äääh 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 das ist ungünstig äääh so inereien so dankeschön sag mal immer diese Skelette ne schlimm äääh der ist auch der ist auch alter was da an Sublin Kernen drin liegt wahnsinn ja fällt den Baum fällt den Baum macht das sehr ja sehr schön danke ach bist du du bist in das andere Portal gesprungen äääh äääh und so was wir hier so finden ne weil hier haben wir ja auch noch nicht alles entdeckt erforscht oder so das sind noch Skelette aber irgendwie du bist nass sagt er mir ja sehr schön hast du Giftwiderstand zufällig nicht mit nein ok ich geh doch da hoch nein zufällig nicht ich hatte mir nur zu Hause allen reingepfiffen das hört sich auch wieder so schön an mhm komm her komm her was ist denn bei dir verkehrt bei mir ne ganze Menge oh siehste hast du jetzt da vorn wir könnten ja eigentlich die Folge bilden ja das oder könnten wir vielleicht mal ein bisschen Eisen dahinten aus dem Dings holen deswegen stehe ich ja hier und warte auf dich ja ich bin auf dem Weg aber das in der nächsten Folge bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020